Hallo und willkommen zu DarkFrager, Minecraft Käfig 2 hier Ähm, Folge, Folge haben wir das Dings Dungeon gefunden Und irgendwie ist es so ein komisches Raidsloben Flo, glaub ich, probiert immer noch rum So, okay, probiert jetzt Vielleicht musst du die Kirche zahlen Okay, ich weiß nicht, keine Ahnung Versuch irgendwie rum und, äh, ich schau mal Ich hab hier noch ein bisschen weiter gegraben Und, was, lol? Flo? Was? Ich hab ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen Es gibt Ich hab Diamanten gefunden, aber, äh Ja, wie komm ich drunter? Ich hab ein riesen Höhle gefunden Ja, mit tausende von tausenden Chests Warte, ich komm's hier, warte, ich komm gleich Okay, ähm, soll ich full YOLO machen? Ich hab Emeralds, Emeraldos Viel Emeralds, ja Willst du nicht irgendwie sterben? War jetzt grad nicht so cool Wie soll ich noch rüberkommen? Ich kann so machen, ich kann Ich kann auch diesen machen, jumei So So, jetzt kann ich diesen Okay, es hat funktioniert Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Au, oh, Skelett irgendwo Oh, nein Nein, oh, oh Okay, ich hab mich einpart Ich brauch Essen, schnell, schnell, schnell Essen, die müssen dessen Oh nein, das ist Creed, war auch noch oben Oh, oh Äh, yeah, we have a problem, my friend Soll ich zurückschießen, Skelett? Oh, oh, ich glaub, der Enderman kommt Pass mal auf, okay Ich glaub, ich weiß jetzt, wie es funktioniert Ich muss übrigens meine Treppe weiterbauen Du weißt nicht, wie viele Monster da unten sind Es ist unglaublich Und Leute, schießen sie sich schon gegenseitig an LOL Der Skelett hat gerade an den Creeper angeschossen Und nach dem Creeper explodiert hat er das Skelett gekillt Und er hat da richtig geführt, zusammen mit Dings Warte mal Warte Warte Der eine hat einen Pfeil drauf Ich kann nicht Das ist Supercharged Creepers, Flo Und ein schräger Creeper Ein Creeper, der schief steht, Flo Was? Komm mal runter Wo ist ein Creeper, der schief steht? Das ist ein Creeper, der schief steht Komm mal runter Und ein Supercharged Creeper Oh, ein Supercharged Jummeh Das ist ein Enderman, der ist irgendwie außerhalb des Dings Oh 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 no Oh oh Ich bin verliebt Hä? Die fokussen dich Was? Die fokussen alle dich Oh, was? Balletier es ab Nein! Oh! Oh! Ich werde fast runtergeflogen Die fokussen mich hier einfach alle dich Oh 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 no Kannst du einen Creeper rein, rein dem wenigstens? Ja! Nice! Nice! Ein Herz! Nein! Das ist echt dumm Tippe dich, tippe dich Warte! Du musst immer sneaken, drum rennen Lolo Yolo Soll ich auch Yolo machen? Ja, alle Alte gesprengt Was? Nee, oder? Ja, alle Alte Yolo Ah! Aber er hat mir mehr Tiers gegeben Er hat die komplette Kiste hier gesprengt Nein! Oh! 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 Ich glaube wir müssen jetzt wirklich schnell sein Wenn wir die Schulkebox verlieren Hier glaube ich haben wir verloren Was für die Schulkebox? Da war die Schulkebox drin in der Kiste die er gesprengt hat Ich habe kein schwerer Flo Lack! Nee! Oh! Alter! Der Mensch macht Okay, das ist ein Fass, Alter! Geh, 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 geh Geh, geeh, geh, 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 ge- geh Huh! Okay, nice Boah! Was hat das gerade alles? Ja, wird einiges gesprengt worden, glaube ich Was? Äh, jai Noch Dears Ich brauche noch Dears Oh, da hast du alle Dears, nee Hast du ein Workbench? Oh, hier sind ja richtig viele Dears bei mir Also, ein Skel-Spawner Das ist direkt Dealusten-Craften oder vielleicht in der nächsten Folge. Ein Deal-Spawner. Das ist ein Skill-Ein-Spawner. Wo denn? Ich habe kein Schwert, ich habe dir mehr einiges gegeben. Oh, sorry. Da irgendwo. Ich habe noch ein Essen. Wir müssen gleich wieder hoch einfach. Nein, wir müssen ihn finden. Schau mal. Sonst spawnen die mal wieder. Oh, oh. Hast du nicht gut? Aber du musst irgendwie eigentlich... Weiß ich, wo der ist. Hast du ihn? Hab ihn. Nice. So, mach mal. Hast du Crafting-Tape? Was ist eigentlich mit meiner Treppe? Ich habe gar nichts. Was ist mit meiner Treppe? Ja, das frage ich mich auch. So, jetzt kann ich so machen. So, irgendwie. So und so. Jetzt kann ich so und so machen. So. Hier, Flo, hier ist ein paar Sachen. Falls du noch irgendwas brauchst. Was ist alles? Essenssachen habe ich gebraucht. Au! Ich habe jetzt die Sachen. Ich glaube, mit Sachen sind mega geil. Okay, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht, Flo. Alles gut. Okay, es ist gut. Schade, schade, dass man nicht Emerald russisch machen kann. Weißt du, das kann man nicht gar nicht machen. Die zieht uns einfach durch. Ist mir egal. Was ziehst du durch? Du hast XP-Buddles, ich glaube, das... Wo bist du? Jetzt kannst du mich nicht vergehen. Creeper. Oh, man. Oh, der geht hier. Nein. Oh, mein Herz. Oh, man. Bitte, Flo. Ich gebe das, was ich habe. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein. Ich habe ein Herz, by the way. Wo ist denn die Oberfläche eigentlich? Ich glaube, wir sollten eigentlich auf die Oberfläche. Ich brauche mir jetzt die Oberfläche. 100. Oh, no. Oh, ein bisschen. Äh, ich habe gar nichts zu essen. Bist du oben? Ja. Okay, jetzt bist du oben. Oh, se. No, no, no. Das ist bei dir, Rüstung. Nein, habe ich nicht. Doch. Ich kann nicht sehen. Was ist das jetzt, Macher? Nein. Was? Wie? Was? Nein, Hopp. Geh weg jetzt. Nein. Alles meins. Nein, nein, nein. Hör auf, hör auf, geh weg. Okay, wir können. Okay. Also, was, was, was. Ich brauche mir jetzt eine Burg von dir. Ich brauche mir jetzt eine echte Burg von dir. So, so. Ich weiß nicht, wo eigentlich die ganzen Sachen drin ist. Ich brauche mir jetzt eine echte Burg. Jetzt geh weg. Ich brauche mir jetzt eine Burg. Okay, ich brauche mir jetzt eine Burg, okay? Ich brauche mir jetzt eine Burg auf die Bäume. Und... Also, ich brauche mich nicht. Warte mal. Hast du auch S? Okay, ich frage lieber nicht, dass du S? Das wäre noch... Oh, no, no, no. Oh, hier liegen noch mal Atems. Oh, no, 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 no. Was? Ja, das Eis friert ein. Das Eis friert ein. Woher ist das T-Shirt jetzt her? Wir spielen einfach in Sky Wars. Wir spielen in Sky Wars. Woher ist das T-Shirt jetzt her? Oh, no, no. Ich habe noch Diers kapiert. Okay, ich habe auch noch Diers von dir. Dings. Okay, ich habe eine Idee, was wir spielen. Wir spielen jetzt einfach Battle. Okay, wer ist das in Enderdrachen besiegt? So, so. Müssen wir nicht eigentlich Dings machen? Äh, müssen wir? So, so. Gucken wir jetzt in den Dings von unten. Da habe ich gecrafted ein Saber. Okay, also ob du schon Obsidian hast. Ich habe keine Obsidian, aber ich gehe gerade runter. Achso. Okay, oder? Ich gebe jetzt das ganze Reich von oben, nehme ich einfach ein und... ...klaim das einfach irgendwie. Meine Treppe ist abgebaut. Da war keine Treppe dort. Doch. Nein, also nichts. Ich schweb über den komischen Raum mit den ganzen Zeilen. Hast du das Rätsel noch nicht gelöst? Nee, oder? Das ist unmöglich. Unmöglich. Okay, äh. Verheißt du, wie komme ich da hoch? Ähm. Hab ich so dumm, dass du den Spawn nicht abbaut? Das war eine Kiste. Hab ich... Ein enchantiges Buch. Ich habe auch schon ein enchantiges... Ein enchantiges... Oh je, 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 je. Ich habe Minecraft Captive PvP. Ein enchantiges Buch. So, so. Ich mache jetzt Full-Dier-Rüstung und nachher kämpfe ich gegen dich. Oh mein Gott, Endermen, es liegt stark! Ich weiß. Warte, so, so. So, so. So, jetzt mache ich noch eine Türrüstung. So, und so. Oh no, no. Oh no, ich will Full-Dier. Oh no, 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 no. Oh no, no. Okay, ich brauche jetzt irgendwie... Cobblestone, ja? Ich claim das jetzt, dass es mein Reich oben, okay? Äh, so, so, so. Ich brauche jetzt auch wieder die Türrüstung. Ist mir jetzt so egal. Ich nutze das einfach alles für die Türrüstung. Boah, ist doch nichts anderes, oder? Ich nutze jetzt alles Eis, was wir jemals gefunden haben mit dem grüppelten Projekt. Für den Amboss. Ganze Eis? Oder Eisen? Okay, warte. Wo ist es jetzt eigentlich mit ner roten Dings? Die hab ich. Oh no, no, no. Warum ist die Treppe eigentlich kaputt, wenn man runter geht, Flo? Ja, das muss ich dich fragen. Warum? Ich hab keine Ahnung, ich glaub, ich hab sicher nichts gemacht. Cobblestone, Cobblestone, Iron, nice, Iron, Iron ist immer gut, ja. Oh no, ey, wie wär's denn überhaupt mein Anschluss zu killen? Fortschritt machen. Ich baue mir jetzt eine Burg, Flo, weißt du? Weißt du was? Dann kannst du dich nicht mehr killen, ja? Äh, so, so. Was willst du denn Fortschritt machen? Enchanter. Oh man. Enchanter, oh man. So, gibt es irgendwelchen neuen Chests? Ich glaube, die Chests, nee, die Chests kann ich noch nicht benutzen. Ich geh jetzt wieder hoch in meine Wheeler, in meine Wheeler, in meine Wheeler, Dino. Ähm, und Tops, äh, Tops sag ich schon nicht mehr. Flo, hast du auch schon eine Villa? Oh nein. Braucht keine Villa. Ne Villa. Ich baue mir schon eine Burg, ich fang schon an, ja? So, so. So, jetzt brauche ich mir ein eigenes Dings hier, ein eigenes, äh. Irgendwann richtig nice, was ich gerade bekomme. So, was bekommst du denn gerade? Äh, geile Enchantments auf meine Enchanted Diamantrüstung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wie ist es niemals schaffen, hier hochzukommen. So, so. Okay, meine Burg ist fertig, also wenn du antreten willst. So, so. Oh mein Gott, sind die viele Monster. Okay. Okay, so. Meine Burg ist fertig, also. Wie viel Damage, wie viel Damage mache ich? Genug, glaube ich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe mir Enchanted, dass die Wonschwerde gerade benutzt. Die 9 Herz Damage, äh, 9 Herzen Schaden mit 1. Oh nein. Oh no, 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 no. Okay, ich brauche einen Enchant, okay? Ich muss jetzt vollstücken. So, so. Noch mehr Dias. Oh no, no. Ich mache jetzt taktisch, ja? Ich mache jetzt Eisen. Was gibt's für, äh, Achievements? So. Ich brauche mal eine Schaufel, Schaufel die Schaufel, Maufel. Äh, so. Vielleicht machen wir gleich eine Dir Schaufel, weil ich es einfach kann hier, weil Eisengrad wichtiger ist. Ähm, so. So, okay. Wahrscheinlich haben die ganze Leute in den Kommentaren, ja. Äh, niemand, wirklich niemand, äh, flohnt, äh, Euron & Key sich einfach in ein Survival-Projekt. Das ist doch geil. Ich kann nur einen geben. Hyper-Ran. Ja, wenigstens kriege ich hier die Chester die ganze Zeit. Easy, danke. Danke dafür. Äh, so. Okay. Ich bin, ich bin, ich bin... Alter, ich mach grad Progress. Progress? Mach grad Progress. Progress. So. Ich hab ne Map. Ich werde jetzt auf das ganze Projekt durchspielen. Ich hab ne Map. Oh, Leute, ich hab ne Map von meiner eigenen Haus, Leute. Das ist cool. Ich brauche ne alte Frame nur mehr. So. Ich werde jetzt aufholen. Ich werde jetzt meine Ehre wieder herstellen. Deine Ehre wurde genommen ein paar Mal, denke ich. Julian! Ja? Dein Server hat den Nether disabled. Wirklich? Ey, du hast den Nether off, off, off. Oh nein. Warte mal. Ja, keine Ahnung. Ich will die Quest nicht erledigen. So ne Quest. Wo ist das für Quest? Jopa, neder Portal baut. Alter, neder Portal, 1000 work, mein Freund. 1000 work in the fitness studio. So, ich baue hier immer weiter aus, verstehst du? Hier oben. Ich weiß, wenn du mal Achievements machst. Nein, ich baue meine Burg, weißt du? So. Oh, what the hell? Wieso ist deine Kuh in dem Gefängnis? Ich könnte auch irgendwie Fanarts hier machen von Hangdorf Käfig, wie ich irgendwie meine Burg bauen. Haben wir die Zähmeln? Haben wir die zweite Kuh irgendwo? Nö. Ich glaube nicht. Du, nein, ich krieg's einfach. So. Ne, wir brauchen das rote Dings, dann krieg ich eine Kugel, glaube ich. So, ich fahr mal grad dort. Auf der Örtel fahren wir mal grad. So. Jetzt haben wir keine Kuh mehr. Oh nein. Du bist die einzige in der Map vorne, aber das glaube ich grad nicht ist. Egal was du machst. Bauen wir cool für irgendwas, oder? Äh, das finde ich. Äh, äh, äh. Ich baue mir oben schon ein richtiges Haus. Richtig cool. So, hier kann ich noch keine chest bauen. Äh, so. Ich weiß nicht, was du denkst, aber mein Haus ist bald fertig, ja? Oh, oh, ich hab grad... Nein, da, fahr, fahr, fahr. Okay, okay. Die Kamera fliegt sich gegen. Okay, okay, okay. Okay, okay. Was willst du haben? Was willst du haben? Ich hab nichts. Wie damage macht das? Ah! Pfff. Kannst du dich? Du musst den Full-Incharted-Tierrüstung. Jetzt zieh mal deine Full-Incharted-Tierrüstung an. Ich will wissen, ich will wissen, ich will wissen, wie du das machst. Mach mal. Wie viel damage? Vier Herzen, du. Nur. Nur. Du musst deinen Server auf Nether on stellen. Geh weg, das ist meine Burg. Das ist der Nether jetzt. Hier ist meine Burg hier. Oh, ich ist deine Burg? Das ist meine Burg. So. Was, wenn ich den Baum abbauen? Ich den Baum abbauen. Süße. Äh. Wie wär's, wenn... Wo ist denn meine Treppe? Meine Treppe? Da hab ich zugebaut. Warum? Ich hab jetzt sogar eine eigene Farm schon oben, weißt du? Okay, ich löse jetzt einfach ganz viele Block. Aber ich hab schon richtig viel. Macht das, ja. So. So, mein Burg, das ist wie es war. Ähm, so. So, und so. Boah, ich war fast runtergeflogen. Ich hab grad ein Herz. Hab grad, ich hab grad voll schocken. So. Und so. Und so. Eigentlich ist meine Burg jetzt ready. Ready, 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 ready. Oh. Make complete, was ist? Scharf! Ich bin der einzige hier in dem Projekt, der was macht. Oh, und Pfeiler. Komm her, Flo, wo bist du? Flo? No, no, no! Komm her, komm her. Zeig dir was, zeig dir was cool ist. Leuchtest du? Hey, warum? Da hat den Pfeiler. Nein, ha, Flo, Flo! Pfeiler. Pfeiler. Pfeiler, was ist? Aua, ein Herz! Aaaaaaah! Hör mir, also das stimmt. Ich hab's vergessen, Dings. Ich hab Power gefunden auf nem Buch. Oh nein, warte. Werde ich mehr Tode mittlerweile? Bist du eigentlich auch ne Burg bauen, oder? Mehr Tode mittlerweile. Bauer mir keine Burg! Ich bau ne Burg, doch. Ich gewinn es. Ich gewinn jetzt Minecraft Käfig 2. Und dann gewinn ich Käfig 3. Und dann gewinn ich Käfig 4. Hast du eigentlich schon ganz unten beim Bedrock? Beim Rockbad? Gibt kein Bedrock. Das war bei Winter Soldier, Winter Save, Winter Wald. Und mein Kopie. Hä, wo ist das Game Shop? Warte mal, warte mal. Ich mach jetzt was ganz Produktives. Nobass? Nobass! Oh! Nobass, ich hab was Cooles gefunden. Irgendwann, das ist ganz nackig. Die kriegen wir grüne Farbe. Ja, kriegen wir. Durch Kakteen, glaub ich. Was machst du ganz da unten? Da unten. Ich hör ganz irgendwas. Das mache ich. Fortschritt. Okay, ich muss jetzt irgendwie mein Haus ausbauen. Weil wir haben, wir haben alle Farben. Wir haben gelb, rot und blau haben wir. Weil das kriegt man durch Dings. Wie hast du? So. Nur mal mit Baumählen. Das ist richtig cool. Schau mal. Ah, so. Schau, das wirst du nie im Leben schaffen. Wir schaffen hier in Minecraft. Das ist cool, dass ich hier fahre. Komm, 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 komm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mach was richtig cooles. Steh mal. Nichts ist cooler als das. Sicher. Alles ist cooler als das. Oh, nobass! Na? Auf die ganze Zeit mein Weg zuzubauen. So. Nein, dein Wasser ist schon mal eingefroren. So. Geh weg! Komm her, ich muss dir was geben für eine Quest. Er muss nicht. Doch, ein Diamond. Hier. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Nimm das! Nimm das! Still, 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 still. Ja, ja, alles gut, alles gut. Nein, 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 okay, schon gut. Wir spüren den. Ja! Nein! Okay, ich habe beim Bogen alles gut. Ich habe trotzdem etwas cooles gekriegt. Aber du hast alle Minus! Warum bist du jetzt Obsidian? Wir haben ein neues. Wir haben jetzt, was ist das Green? Ne, Green haben wir vorhin schon gehabt. Ich habe keinen Diamant mehr. Wir brauchen ein Achievement mehr. Ja, das ist egal. Ich habe Night Vision Potion. Dieses Spiel macht mich aggressiv. Wir brauchen grüne Farbe, sonst komme ich weiter, glaube ich. Warte mal. Ein Ofen und Gläser drin. So. So, ich mache jetzt das Ultimativ. Aber wenn du willst, kannst du jetzt den Setzling haben. Den Setzling. Den Setzling. Wir müssen in den Nether gehen, Jürgen. Ja, schau mal, was ich gerade mache. Ich brauche Bowmeel. Warte, Bowmeel, Bowmeel. Ich gehe jetzt angeln, ist mir egal. Wo gehst du angeln? So. Alles taktisch, taktisch. Wo ist jetzt meine Sense? Die habe ich gerade weggeworfen, ich habe in den überbrochten Setzling. Ich hasse dich, schau mal. Aber wenigstens habe ich jetzt Cobblestone von dir. Nein, die liegt unten bei mir. So, scharf. Jetzt haben wir neue. Nein, ich bagge. Oh nein, wenn ich jetzt runterfliege, bin ich tot. Glaube ich, oder? Nee, tot nicht. Wie craftet man Sjörnstain Clay? Äh, mit Sjörn. Und Sjörner Farbe, glaube ich. Börbel? Ich höre ganz Dinge, was cool ist. Börbel kann ich craften. Orange kann ich auch craften. Ey, wir können richtig viel schon machen. Die Schafe sollen hochkommen. Und die Kuh auch. Meinst du, alles taktisch, oder? Nein. Wir kriegen mal braune Farbe. Die Schafe sind, glaube ich, zu dumm, hier hochzukommen. So. Was machst du die ganze Zeit? Hörst du was? Ja, ich hör die ganze Zeit. Ist es soweit? Was ist Spawns? Wir sind schon richtig weit. Ja, Jim, ich glaube, ich würde mal sagen, das war es. Wir kriegen mal braune Farbe. Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, das war es irgendwie für die Folge mal. Nein, das war es. So, schau mal an, mal. Was machst du gerade? Was kommt gerade alles? Mehr können wir nicht machen. Wir brauchen jetzt braune Farbe und grüne, also es kommen wir nicht weiter. Es sind unvielfühle Items gespawnt, hier. Ich mache gerade einen kompletten Zoo, aber ich weiß nicht, was du machst. Ich habe übelst geleistet bekommen gerade von allem, was ich eingekriegt habe. Oh nein, ich bin schon wieder verpackt. Wo hast du eine Kuh? Es ist nicht so. Geh weg. Ey, züchte, züchte, züchte. Das ist eine Quest. Komm. Zwei Kühe. Du musst die zwei Kühe dingsen. Das ist eine Quest. Ich lege mal alles rein da. Das war in der Kiste drin. Oh, oh, oh. Ich glaube, man kann sich jetzt Shiker-Dings craften. So, so. Ich werde da... Haben wir ja. Wir haben ein Schweindel. Schweindel? Oben oder unten? Soll ich es hochlocken? Warte kurz. Nein, warte, warte, warte. Doch, ich locke es hoch. Warum sind die Hühnerzons? Ich weiß, was wir machen müssen. Okay, ich weiß genau, was wir machen müssen, Jürgen. Warte, haben wir schon freigeschalten? Ja, okay. Aber das? Warte, das ist der Abschluss. Ich soll ihn kommen. Setz dich aufs Schwein drauf. Ja. Und weiter? Spring runter. Aber ich muss aber zuerst noch die ganzen Dings reinlocken zu mir. Ist aber noch ein Schweindel. Ich würde es zuerst paaren. Nein, das andere hat den Sattel schon. Ja, aber ich würde es zuerst paaren, oder? Es ist ausgebrochen, weil du den Bordel weitergemacht hast. Wo ist das gebrochen? Ist gebrochen. Stubst mich ran. Nicht, nicht, nicht. Warte, ich muss wieder hochkommen. So, so, so. Okay, steht ein Block daneben. Schnelles Luft weg. Nicht. Du bist so dumm. Jetzt muss wieder zum Loch. Aber ich gehe zurück, ich gehe zurück. Warte. Schubs. Ich schubs schon, ich schubs schon. Alles gut. Schubs schon. Jetzt geht es nicht mehr. Nein. Bitte. Ich brauche, ich gehe wieder zu 21 Minuten. Ich kriege das nicht mehr. Du dummes Schwein. Warte. Ich lasse mich jetzt erst drauf, wenn es runterfällt. Ja. Schlag es jetzt einmal. Es geht nicht. Es ist zu dick. Wir haben es. Windpicks fly. Windpicks fly. Es ist jetzt schützt. Ich glaube, wir sind so viel zu weit. Was wir eigentlich sein sollten. Braucht es jetzt eigentlich? Braucht es jetzt auch eine Burg oder weniger? Wir brauchen sonst eigentlich nichts. Wir Sniperdoll brauchen wir. Nee, wir brauchen eine Burg. Geht ein Notch-Apfel? Das kann ich nicht. Ich mache, ich habe hier richtig viel Gold. Wir brauchen eine Burg. Wir müssen jetzt mal ein Haus bauen, den Käfer. Ich glaube, das haben wir in Käfergeiz auch nicht geschafft. Aha. Ja, aber das ist keine Quest. Ja. Genau, ihr könnt uns Quests geben. Die Zuschauer. Warum gehen jetzt nicht mehr hoch? Aber wir sind schon richtig weit, eigentlich. Nein. Wie craftet man einen Notch-Apfel? Kann man, glaube ich, irgendwie craften? Ich weiß nicht. Kann man, glaube ich, kann man nicht craften. Oder findet man, oder? Das Schaf soll einfach hochgehen. Oder mit Goldblöcken craftet man den, oder? Warum gehen die Schafe nicht hoch? Mit Goldblöcken, glaube ich, ja. Warum gehen die nicht? Nice. Lass die Schafe doch in Ruhe. Ich glaube, jetzt sind wir genug. Echt, die folgt, die sind eigentlich schon 40 Millionen Minuten? Ja, ich glaube auch eigentlich. Okay, wir brauchen grüne Farbe. Ja, ich habe alle drinnen. Lime. Cyan. Wie kriegt man Cyan? Nur mit grün, oder? Okay, ich habe jetzt alles, okay? Ja. Ja, du musst es nicht einschalten bis zum nächsten Mal, weil sonst geht es nicht. Brot kannst du craften. Hast du lapis lazily? Ja, hast du ja. Aber ich habe keine Level. Was hast du nicht? Keine Level. Nur Level. Ich habe hier Level-Dings. Ich habe richtig viele Explos-Bottles-Ding gekauft. Ja, ich habe mich jetzt auch gerade gekriegt. So, 9 Level 9? Oh, oh. Wenn du das immer... Sugar! Ey, warum kriegen wir Zucker? Zucker? Stinks. Ich habe jetzt... Sugar! Ah! Sugar! Leckst du bei dir gerade? Nee. Mal bei dir? Du bist gerade so gestanden, auf einmal hast du mich geschlagen. Ja, ich bin mir das auch gerade gelackt, irgendwie. Du bist jetzt erst mal Dings-Damage genommen. Kauf dir Brot! Geh weg von meiner Brot. Ich habe gerade meine OP aufgerissen, die dann legt die nicht für Beeren. Hör auf! Ich war einfach... Ich habe eineinhalb herz. Hast du nicht Baumil? Du hast Baumil! Ich töne jetzt dein Baum an. Nein! Du weißt schon, dass meine komplette Brot anfangen jetzt zu brennen. Brot zu brennen. Nein, geh weg. Ich habe ein Herz. Komm, komm, komm. Ah! Warte, wir brauchen jetzt Dings ein Brot noch. Komm, Joran, wir müssen Speedrun die Map. Nein! Ich würde sagen... Ein Problem, der Brombert! So viel zu Baumumwelt-Dings. Wir haben noch einen anderen Baum. Und ich habe Zapfling. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, wie gesagt, das war's für die Folge. Hier, lass einen Like, na, bla, 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 bla. Und bringt zu ihm. Ja, das war's jetzt für die Folge. Hier, mein Baum brennt immer noch. Ich bin vielleicht bis nächste Folge abgebrannt. Wie gesagt, lass ein Like, ein Abo da für mehr Minecraft KW 2 hier mit dem Flow. Vielleicht machen wir irgendwann ein Duell oder so. Wie gesagt, lass ein Like, ein Abo da. Und ciao! Und freundlich mehr, tschüss. Und ciao! Bis bald. I can see you know you maybe. Bis zum nächsten Mal.